Um ein Atlantis-Projekt aus Archicad zu exportieren, müssen Sie eine Perspektive in Archicad aufrufen. Dann wählen Sie unter Sichern als das Dateiformat Atlantis aus. Für Atlantis R und Atlantis Studio gibt es nur ein Dateiformat. Im darauffolgenden Dialog stellen Sie dann die gewünschten Optionen ein. Wählen Sie hier, ob Sie die in Archicad platzierten Kameras und Lichtquellen mit übernehmen möchten. Zudem können Sie die verwendeten Texturen mit übergeben. Falls Sie schon einmal ein ähnliches Projekt mit Atlantis erstellt haben, können Sie dieses als Referenz übernehmen. Hieraus lassen sich dann die Materialien, Perspektiven, Lichtquellen und Objekte übernehmen. Dieses ist äußerst hilfreich, wenn Sie eine Aktualisierung eines Projektes vornehmen müssen. Das ist äußerst hilfreich. Das ist äußerst hilfreich. oder nicht so weit ist, können Sie das Tier pierwszym Marten. Das ist äußerst hilfreich.